Fabian Havel hier für GMP1 TV. Hier neben mir ist Brian Hoy. Er hatte einen sehr kurzen Kampf. Geh uns über das. Der Kampf war sehr kurzer. Er schießt ihn für den Takedown. Ich lande meine Elböse. Das ist etwas, was wir viel trainieren. Elböse zu den Händen. Ich bin von Holland. Wir sind eine Kickboxing-Nation. Sie denken, dass wir nur standen. Aber wir können überall. Das ist das, was ich zeigte. Wenn man einen Takedown will, dann wird man dafür bezahlt. Du wusstest, dass er ein sehr starker wrestler und Sambo-Athleter ist. War es Teil des Spielplans, um den Takedown zu vermeiden? Er war nicht nur stark. Dieser Mann war in seiner letzten Kampf. Er hat die FFC-Lightweight-Championship-Belt gewonnen. Er ist offensichtlich ein Champion. Ich habe ihn gewonnen. Jetzt möchte ich auf die nächste Kampf gehen. Mein Spielplan war nur, um zu kämpfen und zu machen. Und es hat funktioniert. Los geht's. Los geht's. Jetzt geht's. B.A. Delft, Rootless FC, HACC-Director, Bonti Gym, all die Gyms in Holland. Die haben mir alle geholfen. Und das Resultat spricht für sich selbst. Ich habe mein Team jetzt. Ich habe alles komplett. So, auf die nächste Frage. Und um die Frage zu stellen, über die Training mit Jameel und allen hat gut gemacht. Ich fühle mich jetzt viel stärker. Das ist alles, Mann. Du hast jetzt noch eine Win-Over-Aid-Champion auf deinem Resumé. Was ist für dich nächstes? Hast du jemanden in die Frage? Ich habe mit Dennis gesprochen. Dennis, was geht's? Du weißt, was du mir gesagt hast. Die nächste Frage. Kannst du uns etwas sagen, was du hier bei GMC möchtest? Ich habe viele Offenungen. Und jeder möchte mich in den Kampf sehen. Ich mag GMC. Ich mag es hier. Es ist ein tolles Event. Vielleicht in 2018. Wir sehen uns. GMC 14 ist im Februar 2018. Ist das für dich möglich? Oder ein bisschen zu schnell? Wir sehen uns. Ich spreche mit meinem Manager. Wir sehen uns. Jetzt werde ich den Weihnachtsmann und die Weihnachtsmann genießen. So, ja. Just chill und relax. Und dann zurück in die Gym. So, das ist es, Mann. Herzlichen Glückwunsch auf deine Verwaltung. Danke, Mann. Die Weihnachtsmann ist bei uns. Igre und Bis zum nächsten Mal.